Die Thüringer Aufbaubank ist die Förderbank Thüringens. Wir setzen uns dafür ein, dass in unserem Unternehmen zukunftsträchtige Investitionen und nachhaltige Werte geschaffen werden. Allein im Jahr 2011 konnten wir der Wirtschaft Investitionen von 1,6 Milliarden Euro ermöglichen. 4.300 zusätzliche Arbeitsplätze wurden so geschaffen. Unser Förderauftrag verpflichtet uns, Thüringen zu stärken. Diesen Auftrag werden wir auch in Zukunft verantwortungsvoll umsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020